Am Ende der Gerbergasse, am Hotel zum Alten Wasserrad, biegen Sie links ab in Richtung Storchentor. Alternativ können Sie hier einen kleinen Abstecher zur Kapelle zu unserer lieben Frau machen. Dazu biegen Sie am Hotel zum Alten Wasserrad zunächst rechts ab und gehen dann über den Parkplatz an der Villa Gotthold zur Zweibrückerstraße. Die kleine Kapelle steht direkt nach dem Bahnübergang auf der rechten Seite. Sie wurde 1429 auf Bitten von Stephanus, rheinischer Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Zweibrücken gebaut. Besonders sehenswert sind die Sykonmalereien im Inneren, die bei Renovierungsarbeiten 1912 wiederentdeckt wurden. Sie durften in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden sein und zeigen insgesamt 28 Darstellungen. Diese sind in drei Zyklen zum Marienleben, zur Kindheit Jesu und zur Passion Christi unterteilt. Nach der Einführung der Reformation in Anweiler wurden die Bilder 1523 mit weißer Kalkfarbe übertüncht. An der Westwand sind alle Bilder bei Renovierungsarbeiten verloren gegangen. Die Bilder an der Ostwand wurden 1932 von einem Konservator freigelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017